Nur echte Abenteuerbegeisterte und Experten wagen es, den K2-Berg zu besteigen. Und selbst für sie ist eine sichere Rückkehr nicht garantiert. Diesen Gipfel finden sie mitten im Karakorum-Gebirge in Nordpakistan. Er wurde als Zweiter während einer Vermessung im Jahr 1856 gemessen. Daher hat er einen ungewöhnlichen Namen. Der K2 ist 885 Meter über dem Meeresspiegel. Damit ist er der zweithöchste Berg der Erde, gleich nach dem Mount Everest. Er gehört auch zu den gefährlichsten Orten. Von den fünf höchsten Bergen weltweit ist der K2 der gefährlichste und fordert ein Leben für jede vier Personen, die den Gipfel erreichen. Lawinen, heftige Stürme und schwierige Pisten machen den K2 zum härtesten Berg zum Besteigen auf dem Planeten. Die Luft ist dünn. Nur ein Drittel des Sauerstoffs, den man auf Meereshöhe finden kann, ist dort oben auf dem K2-Gipfel. Stürme können tagelang andauern und verursachen viele Probleme. Der K2 ist vielleicht ein bisschen niedriger als der Mount Everest, aber aufgrund seines Terrains ist er viel schwieriger zu erklimmen. Der Everest hat einige flache Strecken, aber der K2 ist fast den ganzen Weg hinauf steil. Bei 715 Metern flacht er ein wenig ab. Aber Steinschläge und unvorhersehbares Wetter machen diese Gegend zu einer echten Risikozone. Der Everest mag zwar höher sein, aber K2 gilt als tödlicher. Der Everest hat ein paar beliebte Routen, wie die South Cole und den North Ridge. K2 hingegen kennt keine einfachen Routen. Selbst die vermeintlich einfache ist verdammt steil, im Durchschnitt 45 Grad von der Basis bis zum Gipfel. Während es am Everest Stellen gibt, an denen sich Kletterer ausruhen können, spielt K2 dieses Spiel nicht mit. Die Lagerplätze auf K2 sind im Vergleich zu denen am Everest winzig und je höher man klettert, desto wilder wird es. Auf dem Everest lassen Kletterer manchmal ihre Helme fallen, besonders in weniger intensiven Abschnitten. Aber auf dem K2 sollten sie von Anfang an den Helm aufbehalten. Steine fallen, Lawinen passieren, Sicherheit geht vor. Rettungsaktionen sind auf dem K2 eine ganz andere Geschichte. Das felsige Gelände macht es schwierig, einen verletzten Kletterer herunterzubringen. Hubschrauber stehen nicht wirklich zur Verfügung und selbst wenn sie einen bekommen könnten, würde es sie ein hübsches Sümmchen kosten. Der Everest ist in dieser Hinsicht ein bisschen freundlicher. Diese nepalesischen Bergsteiger sind eine große Nummer auf dem Everest, aber nicht so sehr auf dem K2. Sherpas sind wie die Superhelden des Everest und helfen den Kletterern, den Aufstieg zu beschleunigen. Auf dem K2 ist es eher eine Solo-Mission. Nun sprechen wir über Gefahrenzonen. Der Kumbo-Eisfall am Everest ist übel, aber das Nadelhöhe des K2 ist der absolute Hammer. Es ist höher, was es deutlich riskanter macht. Und hier kommt der Clou. Es gab Jahre, in denen niemand den Gipfel des K2 erreicht hat. So etwas gibt es am Everest nicht. Die Erfolgsraten am Everest sind deutlich höher. Der erste Versuch, den Gipfel zu erreichen, wurde im Jahr 1902 von einem Team von Bergsteigern unternommen. Sie kamen jedoch nur bis auf 6.523 Meter. Erst im Jahr 1954 eroberte eine italienische Crew mit einem pakistanischen Kumpel, dem K2. Das war keine leichte Aufgabe. Bis August 2022 hatten nur etwa 700 Menschen den Gipfel erreicht. Mindestens 91 Menschen haben ihr Leben verloren, während sie versuchten, den Gipfel zu erobern. Weiter geht es zu anderen extremen Orten auf der Erde, wie der Danakil-Senke in Äthiopien. Auf den ersten Blick sieht es aus wie ein anderer Planet, zum Beispiel der Mars. Die Landschaft ist eine Mischung aus brennendem Salz, vulkanischem Gestein und Schwefelsäube. Alles in Gelb- und Orangetönen. In der Nähe des Vulkans Dalol gibt es Quellen mit schlechter Ausstrahlung. Einer von vielen Vulkanen in der Gegend. Wissenschaftler haben kürzlich Proben aus diesen Quellen untersucht. In der Hoffnung, Anzeichen für Leben zu finden. Aber ohne Erfolg. Die DNA-Gehalte in diesen Quellen sind praktisch nicht existent. Dies macht die Danakil-Senke zu einem der lebensfeindlichsten Orte auf unserem Planeten. Die nächste Extremzone ist das Death Valley in Kalifornien. Es zählt zu den heißesten Orten unseres Planeten. Man kann dort Eier auf dem Boden kochen. Die höchste jemals von einer Wetterstation in dieser Gegend aufgezeichnete Temperatur betrug 56 Grad Celsius im Jahr 1913. Bedenken Sie, dass es auf unserem Planeten sogar noch einen heißeren Ort gibt. Es handelt sich um die Wüste Dasht-Elud, Dasht-Elud im Iran. Ein NASA-Satellit maßt dort im Jahr 2005 eine Temperatur von 70 Grad Celsius. Es ist dort so brennend heiß, dass Vögel, die durch dieses Gebiet fliegen, manchmal vom Himmel fallen, weil sie die extreme Hitze nicht ertragen können. Lassen Sie uns von Hitze zu Feuchtigkeit wechseln, denn wir gehen in ein Dorf namens Maosin Ram in Indien. Dieser Ort ist der Regen-Champion der Welt. Es regnet hier so viel in einem Jahr, dass wenn man die Christus-Statue in Rio de Janeiro, diese riesige Statue mit einer Höhe von 30 Metern dorthin stellen würde, sie bis zu den Knien im Wasser stehen würde. Dieses Dorf befindet sich in den Kasi-Bergen. Es fallen 1000 Ongoxen 80 Zentimeter Regen pro Jahr. Das ist, als würde man im Laufe des Jahres 39 Standard-Cerealien-Schachteln übereinander stapeln. Die nächste Stadt ist La Oroya. Für die 25.000 Menschen, die diesen Ort ihr Zuhause nennen, ist das Leben in dieser Stadt in Zentralperu wirklich hart. Die Luft ist gefüllt mit gefährlichen Stoffen wie Arsen, Blei und Schwefeldioxid. Sogar der Regen ist sauer und zerstört die örtlichen Pflanzen. In La Oroya gibt es eine Metallfabrik. Sie produziert Dinge wie Gold, Silber und Cadmium. Diese Fabrik ist der Hauptarbeitsgeber der Stadt. Doch im Jahr 2007 erklärten Experten, dass dieser Ort einer der am stärksten verschmutzten Orte auf der Erde ist. Die Menschen arbeiten hart daran, das Durcheinander zu beseitigen und das Leben dort zu verbessern. Tristan da Cunha im Südatlantik ist der abgelegenste Ort der Erde. Es handelt sich um eine winzige Inselgruppe, auf der gerade einmal 246 Menschen leben. Es gibt keine Landemöglichkeit für Flugzeuge. Wenn sie besuchen oder verlassen möchten, steht ihnen eine Bootsfahrt bevor. Von Südafrika aus ist es eine sechstägige Reise. Etwa 2414 bis 2007 nur 36 Kilometer entfernt. Wahrscheinlich ist der gefährlichste Ort, um ihr Leben zu verbringen, die Pazifikinseln von Vanuatu, Vanuatu. Sie würden am Rande leben und täglich Vulkanen, Erdbeben und Tsunamis ausweichen. Der Weltrisikoindex der UNO klassifiziert diesen Ort als den gefährlichsten Wohnort. Satellitendaten zeigen, dass der Meeresspiegel um Vanuatu seit 1993 jedes Jahr um etwa 6 Millimeter steigt. Hinzu kommt, dass die Insel im April 2020 vom tropischen Zyklon Harold heimgesucht wurde, dem schlimmsten in fünf Jahren, mit harten Winden, die Geschwindigkeiten von bis zu 250 Kilometern pro Stunde erreichten. Die nächste ist der Ort, an dem Unmengen von Menschen auf einem winzigen Raum zusammengedrängt sind. Es wird geschätzt, dass in Manila auf den Philippinen rund 184.500, 70 Menschen auf jedem Quadratmeilen leben. Manila ist so überfüllt, aufgrund des wirtschaftlichen Wachstums der Stadt in den letzten 50 Jahren, hauptsächlich dank ihres pulsierenden Hafens. Mehr Geld und Arbeitsplätze bedeuten mehr Zuzüge. Mit den Menschen kommt Verschmutzung und Verkehrsstaus, die das Leben dort zu einem täglichen Kampf machen. Ach ja, und eine Wohnung in Manila zu finden, ist wie die Suche nach einer Nadel im Heuhaufen. Eine massive Wohnungsnot fügt dem Ganzen noch mehr Chaos hinzu. Jakutsk in Russland beansprucht den Titel als Stadt mit den niedrigsten Wintertemperaturen. Im Jahr 1899 betrug die Temperatur dort 64 Grad Celsius. Es ist jedoch nicht der kälteste Ort der Erde. Diesen Rekord hält das östliche antarktische Plateau in der Antarktis mit 94 Grad Celsius. Jakutsk ist aus mehreren Gründen die kälteste Stadt der Welt. Erstens, sie liegt weit entfernt vom Meer, ohne warme Ozeaneinflüsse. Zweitens bringt ein Hochdrucksystem während des Winters eisige Luft aus der Arktis. Sonnenlicht ist im Winter in Jakutsk selten zu sehen. Die Stadt liegt auf Dauerfrostboden, was bedeutet, dass der Boden auch immer gefroren ist. Etwa 355.000 Menschen nennen Jakutsk ihre Heimat. Überraschend ist, dass dieser Ort im Sommer richtig aufheizt. Im Juli erreicht die durchschnittliche Höchsttemperatur 26 Grad Celsius. Das ist heißer als in London zur selben Jahreszeit. Na, ist das nicht ein verrücktes Wetter, hm?